Moin Moin, liebe Leute! Frohe Weihnachten erst mal im Voraus. Heute an Heiligabend möchten wir euch ein kleines Video zeigen, wo wir das neue Album einfach mal aufmachen und ihr das Innenleben einmal betrachten könnt. So, ich werde jetzt einfach mal... Das sind die hübschen Schätze. Und wo die herkommen, gibt's noch viel mehr. Gut, wer möchte? Aufschneiden? Mach du. Ich darf schon was machen. Schmeiß das an. Aber das machen wir so näher bitte weg, okay? Krass sagen, du bist doch wohl gescheu. So, dann... So sieht das gute Stück von vorne aus. Und einmal von dem... So, ich würde mal sagen, hier, du hast die Iris andersweilig aufmachen zu dürfen. Okay, dann geht's mal weiter. Sehr schön. Das ist wunderschön. Der Mond, ne, weil vorhin auch ein Mond drauf ist, ne? Richtig. Alter! Wir konnten einfach nicht genug von Mond bekommen. Ich bin mir sicher, die Mehrzahl von Mond ist Möhn-der. Möhn-der? Möhn-der. Okay. Genau. Hier, Good Shepherd. Dann geht's weiter... Oh, das waren doch schöne Menschen. Da hatte ich noch lange Haare. Lange Haare. Fertig, pass auf. Da hatte ich noch lange Haare. So. Anyway, dann auch der Songtext zu dem... Ja, zu Reach the Surface. Das ist der neusteste Song. Der neuste. Dann hier noch mehr schöne Menschen. Das sind sogar... Einer ist ein ganz klein bisschen schöner als der andere. Wir verraten aber nicht wer. Es sind sogar gute Musiker dabei. Das bin ich. Vielleicht können wir an der Stelle mal sagen, von wem die Artworks sind. Nämlich? Ähm... Das ist... Müsste auf der letzten Seite. Der Türm. Ne, nur Arnie. Also Kennell. Aber damit ihr das hier einmal habt. Hier ist auch die Seite. Ein bisschen Schleichwerbung. Ja, das verlinken wir euch nochmal. Arnieartworks.org Jetzt... Oh, den muss ich jetzt bringen. Das war bestimmt ein Drahtseil-Akt. Ja. Wegen dem Artwork. Oh! Da da... Nein! Badatsch! Ja, und natürlich auch unsere neuen schönen Menschen. Ähm... Die ist... Mit ins Album geschafft haben. Mit ins Buckley. Ja. Es wurde... Es war eng, aber... Mit der Band... Ein Buckley sind es da. Ja. Wollen wir wollen. Schönes Schiff. Das ist doch kein Schiff, Alter. Das ist ein fucking Zeppelin. Was meine Idee war. Was meine Idee war bei Jim Block, weil da am Gänsemarkt auch immer so coole... Nein, nein, nein. Garantiert. Garantiert. Alter, das ist kein Zeppelin. Das ist eine Yacht. Wirklich. Das ist kein Zeppelin. Ich drehe das wieder um, Alter. Ich will, dass das ein Zeppelin bleibt. So, hier nochmal ein schönes Bild von uns allen zusammen haben wir... Ähm... Das war Hafencity, ne? Äh... In der Hamburger Hafen... Emporio. Emporio. Genau. Ähm... Haben wir beim Emporio in Hamburg gemacht. Ähm... Da noch auch einmal an... Äh... Genau. Aileen Chang. Ganz vielen lieben Dank für die wunderbaren Fotos, die sie gemacht hat. Die kommen alle, ja... Aus ihrer wunderbaren Photoshop-Hand. Die man... Und fotografiert. Und von Herzen. Man... Man muss leider sagen... Äh... Ich glaube, ich werde... Ich werde auch in meinem Leben nie wieder so gut aussehen wie auf diesem Bild. Äh... Man kann mal... Ich weiß nicht. Also... Ein Talent ist das. Ein Talent. I've come to talk with you again. Genau. Äh... Zwölf Tracks insgesamt auf dem Album. Ähm... Da habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, äh... Fast eine ganze Stunde lang zu hören. Über 50 Minuten geht das gute Stück. Zu erhalten ist es in vier Tagen. Ähm... Jetzt gerade ist es ja noch im Pre-Order. Auch auf unserer Seite. www.cys-official.com Verlinken wir euch unten nochmal. Und genau. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachtsfest. Fröhliche Weihnachtsfest. Lasst euch gleich beschenken. Und rutscht mit dem scheiß guten Neujahr. Bis... Bald. Bis 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 bald. Untertitelung des ZDF, 2020